Jetzt 1945. Wir sollen mit der 9. Panzerdivision und der 99. die Brücke von Remagen einnehmen. Wenn wir es rüberschaffen, bricht der deutsche Widerstand zusammen. Okay, wir machen weiter mit COD. Weltwarte 2. Das letzte Kapitel. Oh, oh. Was wird das denn? Nach was sieht's aus? Selbstmord. Geh da lieber nicht rein. Pearson hat einen MT. Danke für die Warnung. Soll das ein gottverdammter Scherz sein? Ich suche weiter nach Saßmann. Rollen Sie sich beim Kaplan raus. Ich kann nur Leute brauchen. Die Befehlen folgen. Und Ihre Befehle, als Sie sich weigerten, Ihre Leute zurückzulassen in Kasserin? Was haben Sie da gesagt? Die Wahrheit. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Davis hat's mir gesagt. Es war nicht Ihre Schuld. Sie wollten das Richtige tun für Ihr Plateau. Los, raus! Los, raus! Ich bleibe, wo ich bin. Ich sagte raus! Oh, Gottverdammt! Mein Befehl war es, zurückzufallen. Doch ich hielt mich für schlauer. Ich sagte den Männern, dass wir den Pass halten, dass die Verstärkung kommt. Sie kamen nie an. Sie kamen ja. Sie haben wohl recht. Ich trage diese Schuld. Jetzt raus. Nicht ohne mein Plateau. Sie halten sich für mutig, ja? Machen Sie mal den Job Tag ein und Tag aus, während Ihre Leute krepieren. Turner hätte niemals so Opfer... Turner ist tot. Sein Tod soll Wert haben. Kein Opfer zu groß. Sie wissen nicht, wie es ist, Opfer zu bringen. Und was ist das? Entlassungspapiere, ausgestellt von Davis. Ich könnte heim. Ich könnte zu Hause sein. Als Held gefeiert. Und bei meinem Mädchen. Scheiße. Mit einer Medaille. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie sind wohl verrückt. Verrückt ist gar kein Ausdruck. Meinetwegen. Sergeant. Jetzt folgen Sie mir, verdammt. Entweder jetzt oder niemals. Gehen Sie mir aus dem Weg. Dann sind hier alle da. Nein, einer fehlt. Holen wir unseren Freund zurück. Ja, Cobra. Falls Sussman lebt... ...dann hinter der Brücke. Wir müssen sie einnehmen. Okay, das ist sie. Die letzte Brücke über den Rhein. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mittendrin. Wir jagen sie hoch. Alles oder nichts. Das ist jetzt das Finale. Das wird heftig. Das wird heftig. Hey, Sie dürfen Ihre zweite Chance nicht vermasseln. Das werde ich nicht. Kommen Sie. Der Konvoi gibt in Deckung, wenn wir zur Brücke vorstoßen. Gehen wir! Das wird heftig. Das ist doch gut. Raus. Das ist doch Minibar. Der Name zieht die Maschine quer durch. Ui, da habe ich noch Panzerfüste. Scheisse, gesperrt. Fuck. Sorry. Wir müssen alle Linien durchbrechen. Und die verfickte Brücke. Das ist gefährlich. Ich lasse alle vor. Ich schiesse jetzt nur noch die Augen. Wir haben eine Granate! Nein! 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 Scheiße, ich kann auch nicht mehr. Ich bin da fast geräumt. Wo auch weiter? Ja! Sehr gut gemacht. Lass ihn! Acht auf die Treppe! Wir haben keine Fauste! Wir haben keine Fauste! Na los! Kommt sie schon! Reithalten! Wir haben keine Fauste! Ich bin immun oder nicht schlecht? Tschüss. Oh, der hat sich wohl ergeben. Oh, der hat sich wohl ergeben. Gesichert! Das kann ich nicht von hier. Opa, scheisse. Oh, der hat sich wohl ergeben. Helfen wir! Helfen wir! Wir rücken zur Brücke vor! Kann meine Beine nicht bewegen? Amerikaner! Ich flehe euch an! Kann meine Beine... Oh! Oh! Ich habe noch mal Pause! Ich habe schon den Panzerfaust genommen. Ich habe schon den Panzerfaust genommen. Ich habe schon den Panzerfaust genommen. Was! Was! Ich habe schon den Panzerfaust genommen! Ich bin nicht von hier im Fall! Angehör der Panzerfaust! Der hält ab, Scheisse. Aber der ist nicht weit gekommen. Los, 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 los! Hey, wegen dem, doppelt. Sie jagen die Brücke hoch! Ja. Ich setze für den Allwärmung. Würf rüber! Sie sollten reichen! Aufstehen und weiter! Wir haben noch einen Job zu erledigen! Angriff! Hört mal! Die Zeuge. Die sind wirklich schnell raus. Wirklich geschehen. Die� 한�geborg... Atmen! Tollste, yo-risch! Was haben wir wieder? Erlöfe Granate! Wenn wir wieder rausnehmen, momentan ! Nahtiert werden, wenn wir jetzt Bakke haben! Derollxoider wurden. Wir holen. Malen. Aber wir schaufen wir mal. Vorrück, vorrück. Du triffst nichts, das du triffst. Nein, 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 nicht jetzt! Nicht jetzt! Komm, komm. So, ja. Das ist nicht von uns. Oh! Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Oh, scheiße. Ah, der bleibt noch. Ja, das ist dafür meine. Okay, sofort. Achtung. Das sehe ich mir da nicht. Nicht, wenn ich Granaten werfen habe. Ja, mach mal den Signalrauch rüber! Hier, fang! Also da ist ein Malangrief. Nicht, dass ich jetzt nur kenne, ob er da oben ist. Ist er gewusst? 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 Halt er um. So. Das ist voll, verdammt Ich finde es sicher noch irgendetwas mehr ich packe Nicht aufnehmen, Kassel Die Letzten Das waren alle Das wäre eine gute Stelle für die Scharfschützengewehre, aber hier ist es sicher kein Untertitelung des ZDF-Shirts Schäme noch nicht da? Die Flieger werden die Brücke zerstören. Wir müssen diese Flachs einnehmen. Was machen wir? Daniel, schaue! Bewege, los! Ich hoffe, sie sind dort zu brach. Das ist schon gut. Erf eine Granate! Erf eine raufen Granate! Die haben hier Braschtihe und zwar heftige. Deutsche hinter den Sandsäcken! Ja. Wo sind die Satschen? Ich muss das markieren. Oh, voilà! Daniels, rüber zu der Luftabwehrkanone! Ich habe nichts gesehen. Wie soll ich da hinzukommen? Das war ein Laufwerk. Jetzt sind die Flachsicht auf. Der ist eine Granate! Ich bin zuerst der Flachsicht. Oh, das ist ein Laufwerk. Die Brücke schützen! Treffer! Links! Erwünscht! Weiterfeuern! Treffer! Yeah! Sehr gut! Ein Uhr! Oh, komm, 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 komm. Oh, my god. Oh, shit. Du packst das, Daniels! Nicht nachlassen! Links! Sie haben dich gesehen, Daniels! Hass nie! Nicht nachlassen! Linke Seite! Vermehrt rechts als links 12 Uhr ist das Boi, oi, oi Ja Das ist nicht ganz häufig Das geht's mit der Klappe Oder wird Das geht's mit der Klappe Das geht's mit der Klappe Linke Seite Ah Das ist nicht Oh, oh, oh Das ist die Ecke Das ist nicht Ja Ja, man schiessen Jetzt geraten sie uns mit allem an was sie haben Wir sind doch nicht fertig Wir zwei, wir nach An los geht's Der krieg gerade Ich werde jetzt gerade gesammelt Und jetzt schneiden sie eigentlich Angriffe Und jetzt schneiden sie eigentlich Wir haben noch Wir haben noch Wir haben noch Wir haben noch Garnate! Ui! Garnate geworfen! Das ist ja bevor ich dritte. Ui! Garnate geworfen! Papier! FNF Dengo! FNF Dengo! Ui! Ui! Er beschwert ist das Script. Ui! 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 heilig schießt sie nicht nek Brücke erobert ich muss mich bei ihnen entschuldigen es ist verdammt viel mehrfällig als das kommt schon her wir haben gerade geschichte geschickt als erste über den Rhein das guckst du so Deutscher wir wissen von einem gefangenenlager in der Nähe Davis hat angeordnet auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten aber sie wissen ja was wir von solchen Befehlen halten verstanden Sergeant unser Platoon hat den ersten Brückenkopf am Rhein errichtet jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland es heißt der Krieg wäre so gut wie gewonnen nicht für mich erst wenn ich Sass gefunden habe nachdem wir die Brücke bei unserer Ostmission verlassen hatten durchsuchten wir die Lager auf dem Weg ich dachte ich wüsste schon wie Grausamkeit aussieht ich wusste gar nichts aber eins ist sicher ich werde diesen Anblick nie vergessen die Überlebenden sagten man hätte die anderen Kriegsgefangenen zu denen auch Sassmann gehörte in ein kleineres Lager drei Stunden östlich gebracht ich konnte nur hoffen dass er noch lebte ich finde hier sieht's verlassen aus die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie haben die Schwächsten abgeschlachtet, alle die zu langsam waren. Das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern, da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Da warten Sie nicht zu viel, Corpora. Es war ein Versprechen an Sasquare. Auf den Leben finden ist was anderes. Sergeant, ich geh vor. Sasquare! Red! Red! Red, erschieß ihn! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur weil ich nicht... Verdammt! Ich komme Sasquare. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Sasquare! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist LEI hier jetzt. Da ist es. Wissen Sie es nur? Es ist nie! Ich weiß nicht. Du wirst sie nicht im Schnee. Es ist eine Dienstleistung. Kalt! 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 Da wird jetzt scheiße kommen. Ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Das war's, Freunde. Sassman wollte, dass du den kriegst. Du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Union. Hast du aber kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen. Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim. Und? Kommst du zurecht? Ich geh nochmal zu Sassman. Sergeant. Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sag ich, ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pierston. Gar kein Ausdruck. Warst du mal nach Chicago kommst? Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du, du hättest als Held heimfallen können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Mund verbiesig. Oh nein, noch nicht. Der Traum war anders letzte Nacht. Hab ihm, hab ihn. Er wunderschön. Aber wie bist du früher? Und ich bin nicht. Das war ein wenige. Feels im helaasen. Und wenn du es nicht passiert. Ich bin nicht passiert. Es ist kein Spiel. Wir können wir uns nicht passiert. Es nicht nicht passiert. Untertitelung des ZDF, 2020